jo leute und damit willkommen zu Minecraft MetaView Energy hoch 3 mittelflash mit Zendus der mir voll ins Ohr geschrieben hat... hab ich? ja hast du... hast du grad voll ins Ohr geschrieben... jetzt nachdem wir schon Dresch dann aufgenommen haben nehmen wir schon wieder auf naja... naja... ist übertrieben oder so... naja ist doch voll geil... nein wir übertreiben nicht wir nehmen nur im Voraus auf... wir wollen doch wieder regelmäßig wieder Content bringen oder nicht? ja ja... ja sagt er... wo hast du doch doch Mensch... mir ist doch scheiß egal doch... regelmäßig Content bringen... wenn man trotzdem Content auf dem Kanal hat... hochgeladen aber kein Bock hat das fertig zu machen... bringt dann ja noch nix ne... so wir haben jetzt 472 Cookies schicke jetzt aber nach oben... dann können die auch schon mal weg... so... und Steine... 1,7 Millionen soll ich... ach 1,7 K... soll ich mal ein paar mitnehmen? Huuuuh... fuck... ich nehm mal ein paar Cobblestones mit... fuck... ich nehm grad meinen Endgame-Stone mit auch... haha... das sag ich nur zu... haha... weil du es vergessen hast... weil du es vergessen hast... ne ne ne... hab ich nicht... läuft ja alles... warte du es vergessen hast... das ist halt nur Minecraft... diese komische Umgestelle da immer... was sind Umgestelle... das passt... so wie immer... sooo... was brauchten wir denn für diesen... für diesen schönen... Ingo wie hieß der denn... brauch bei mir nur mal kurz Minecraft mal starten... ja mach das... dauert nicht lange... wir brauchen ein Twipple... und Quad... aber da muss halt die richtige Zaun-Spar abgreifen ne... ja das wäre sinnvoll... ey warte mal... wir können ein... Okta... Compress Cobblestone machen... das sind 43... oh... haha... 43... ja aber den... den brauchen wir nicht... wir brauchen den Twipple... ja aber da... ja aber... dafür könnten wir einen Block machen... da könnten wir uns die Diamanten sparen... weißt du was eigentlich... keine Ahnung... ja... also ein dieser Block... ähm... Bedro... Bedrogromium... den machst du normalerweise mit 9 von diesen Ingolds... so wir können das aber komplett sparen... wenn wir uns aber 43 Millionen Cobblestone zulegen... dat kann ein bisschen dauern... dauert länger... ja ich weiß... ja dauert das länger... ähm... laut wieder... oh... aber was haben wir denn hier schon... wir haben hier schon Double und Triple haben wir auch schon... oder ne... oh wir haben schon äh... Six Troubled... äh... das hat das Problem... dass du bei... ähm... Minecraft... keine... den Sound nicht extra einstecken kannst... was normal... worüber das... auch... der Ausgang gehen soll... jetzt sind die grad... wie die... Leiste arbeitet... Untergrund... weil das noch so ein bisschen buggy ist... da das nicht richtig abgleicht... dann startet... so... Triple... aber sagen wir so, ist ja nur der Minecraft Sound... das ist ja nicht das Problem... ne... ach komm du würdest auch sagen... ach scheiße auch Flash... Hässliches Gelaber... ja auch scheißegal... dein Sound ist drauf... meine wunderschöne elfige stimme so diamanten jetzt muss ich noch mal kurz wir müssen gleich jemanden haben und zwar 81 stück das heißt du du hast dich ausgelockt unten dass sie unten ausgelockt hallo ruhig dann bist du jetzt halt gefangene dann ist mir latte ich habe mich da nicht okay vanilla mining und ab 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 jetzt muss er nur wieder umstellen das ist so ein bisschen buggy mit dem game abgreifen ich warte es bist du komplett drin bist aber jetzt leute aber ob ich studiere wie gesagt ist ein bisschen buggy aber ist ja noch nicht so lange draußen also dafür dass das noch nicht so lange draußen ist das geile ein funktion drin und läuft eigentlich richtig gut muss man schon sagen im gegensatz zu anderen programm wenn man sich bedenkt was ist das denn schock denkt man sich das nicht immer oder denkt man sich das nicht immer ich wollte auf dich warten ja dann schließe ich nämlich die alumite quest ab so pumpkin und alumite zack fertig 10 x pie ok so kriegen wir hin ähm was haben wir denn ein zu sehen was ist das denn für ein bag überhaupt ja da brauchen wir sugar und egg ok redstone alloy block ah ja mh chicken sollen wir eine chicken farm bauen direkt oh ich baue ich geh in derunde bauen mach das schon gib mir die eggs bitte die spawn dinger war sie reingeschmissen äh oder willst du alle haben ja ja alle alle ich baue ich baue dann komplett so ein gehege ich baue dann auch so eine hühner farm ich habe kein mal genäht an das übrigens die erhörte ich habe einen packen das andere pack jetzt geladen das ist ein gut das können wir öffnen ein goldschild das war eigentlich neun autokopter gemacht ne ja gar nicht für was denn was denn so sollte noch ein auto kauft erbauen nein das problem ist bei minecraft gab es gibt diese f1 taste weiß dass bei mir f1 hotkey ist das umwechseln bei fallout jetzt hatten sie gerade für kurz so ein fallout bild behindert aber wunderschön so wie man uns kennt reiß ich mal kennen die wände ein da ist noch ein da ist noch ein basic pack das ist noch mal irgendwo findest du immer noch welche hat er ja schon aufgemacht der kleine scheiße extra nur für dich dann sind ja auch andere fans der monster drin das hört sich echt gruselig an komm ständig an doch denn das stellt sich wieder an das so schlimm wäre hat mir eigentlich ein bilder swan ich frage gar nicht bumm warum hast du keine rüstung mehr an eine schon bumm ey dieses bumm der beiden sind bumm bei mir aber richtig übertrieben richtig nice richtig nice noch fackeln eigentlich du müsstest dir auch so eins rein machen wie mach ich das kannst du bei sex runterladen ist extra so ein soundpack ja aber muss ich doch extra irgendwie irgendwo drin installieren oder nicht ressourcenpacks reinziehen das war's ok ressourcenpacks reinziehen da aktivieren und fertig ach ok 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 solltest du mal nebenbei machen ok bestimmt hin du kannst ja machen was war das wie heißt das denn das ist ein ich kann grad nicht aaaah meine ohren ich muss das gleich mal ein bisschen leiser machen das ist irgendwie von pure dd kraft ne packs pure dd kraft soundpack einmal eingeben 1,7,10 ouch ist das weh soundpack verdammte scheiße ey mmmm daaaah um für 1,7 und 1,6 war das da hast du direkt von von der seite runtergeladen jaja ok dann muss ich das download hast du ein patches gefunden oder ja möglicherweise ich weiß es nicht daaaah for free aber nur das soundpack oder das musikpack auch warte mal ganz kurz ich kann ja nur das soundpack runterladen das heißt ja ich dachte das wäre for free bd kraft ja ist es doch und das ist für das ist kostenlos bd kraft soundpack heißt das ja aber wenn ich bei denen auf der seite klicke dann möchte pape das weiß ich was bei paypal spende nein nein ich möchte nichts achso ich muss einfach auf free gehen ah den regler einfach umschieben ordentlich ach man man kann sein dafür wenn man möchte weißt du was blödes hat blocker das ist so überlassen man kann das sein wenn man möchte aber ich möchte gerade nicht warum muss ich das jetzt eigentlich jetzt machen hätten wir das nicht vorher machen können nein keine ahnung warum du das jetzt machst das ist doch egal geil fünf sekunden warten in der zeit kann ich äh glas gucken was haben wir denn massenweise glas das pinke sieht scheiße aus egal werbung überspringen ja schön mit ins bild rein glas zu die äh Du siehst mich doch schon ganz nah, du Arsch. Ja, da ist dieses WTFBoom drin. WTFBoom. Reicht's, ey. Wo packe ich das denn rein? Wach auf, Kleck, seid ihr behindert? Autsch. Habe ich doch gerade. Hmm, jetzt muss ich, äh, Ressource-Option. Einmal in die Ressourcen-Packs rein und dann aktivieren. Ressourcen-Packs? Reicht's schon. Open Folder. Das war's schon. Ja, und dann nach rechts schieben, ne? Ja, ja. Jetzt muss ich einmal dann klicken und dann nochmal drauf gehen. Ja, dauert das Momentchen. Ja, bis zumal. WTFBoom. Warum ist mein Hammer leer eigentlich? Shit fest. Ich muss ja noch mal ein Upgrade für mein Hammer. Ein Modifier, das ich draufkriege. Ja. 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 Scheiße, ey. Ich bin ja doch gerade nur raus. Ja, nee, Mann. Durch's leveln. Kriegst du auch Modifier Platz dazu. Ja, das ist sowieso klar. Boah, ich höre ich nur, WTFBoom, WTF. Wie ich das leiser gemacht habe. Okay, ja, keine Rückmeldung, das war klar. Aber es dauert ja sowieso wieder Ewigkeiten, bis das wieder... Ja. ...hört aufs Kusten zu legen. Ba-bim, ba-boom, ba-bom-sum. Keine Rückmeldung. Ja, was mach ich in der Zeit? Keine Ahnung. Ah, okay. So, jetzt. Äh? Ah, jetzt. Junge! Alter, witzker. ... ... ... ... jetzt lädt es wieder jetzt habe ich es rüber geschoben einfach nur ich muss ja jetzt gucken dass es drin ist auf der linken seite war ja nicht drin direkt angezeigt und jetzt habe ich es gerade nach rechts rüber geschoben nach Minecraft und nach Minecraft alter schwede jetzt muss ich das mal leiser stellen hier aus einiges umstellen genauso wie kann man das denn machen genau ganz normal unter sonst einfach die gegnerischen monster dementsprechend wird schon alles wird niedrig jetzt also genau wenn du was gerade machen willst dann nervt dich einer bei whatsapp kollege kommt mit seiner band nach hamburg aber alleine habe ich nicht wirklich bock weil wenn ich darf arbeiten und naja kennt man ja mit mehr leuten bringt das eben spaß ein bisschen krass an genauso wie dasselbe mit aufnehmen zusammen bringt das mit spaß weiß ich gar nicht was machen das ganze dieses modpick da bladen war irgendwo ist das hündchen oder tortsch das hört sich an hallo ich mach mal so tortsches vor allem kommt noch dieses und weg ist es dass ich mir noch magnet eingeschaltet hatte glas haben wir denn so wenig glas von ihnen also kommen wir haben noch so komisches haben wir denn hier golden glas jetzt können die stadt konzern das gute ist er versteht das er kennt das ja das verstehe ich die sprache der hühner der hat chicks hört sich so leise an das ist die hexe das müsste mich auch noch getroffen ein bisschen lauter so ouch selbst dieses schaden nimmt dann klatsch das reicht wow wow da pisse ich zombie ne war grad dabei mich zu regenerieren ja deswegen hat man immer blöcke dabei ich stand schon in der ecke aber musst du ja auch einbuddeln ja wenn ich die kenne standst du da nur ich renne hier wieder lang die erste endefälle die wieder angefangen kommt jetzt da das Drink dich du du